Einfach! 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 Mit dem 26 Tor macht! Strecke! Die Drang-Dreck-Philippe! Strecke! Mit der 4 Tito! Strecke! Die 8 Maximilian! Strecke! Mit der 11 Erdening! Mit der 17 Lukas! Die 22 Roland! Mit der 27 Nikolas! Die 29 Ujang! Mit der 30 Christian! Mit der 32 Vincenzo! 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 Das war die 13. Spielenmüse des Leiderspielstands. Frontier-Reiwalt, Borussia Mönchengladbach 0 zu 2. Schwarzschütze der E36, Dreh-Everdor. Ja, was ist denn jetzt so wieder los? Torfobor für den SC-Fallor mit der 49. Spielminute. Neues Spielstand, Sport für Fallor. Borussia Mönchengladbach 1 zu 2. Schütze für den SC war die 32, Vincenzo. Vincenzo! 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 Wincenzo! Vincenzo! Vincenzo! Wincenzo! Vincenzo! Ja, 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 ja! Das war's für heute. Das war die 30. Christian! 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 Wiener! Ich bin 19. Juli mit in einem Spielstands-Fachkupfer, aber es haben in den Kanzler 3 zu 3 Vorschläge, die beiden haben das Kippen. Untertitelung. BR 2018